Ja, Skywalker, kommst du wieder on? Ich muss noch kurz hier CSS Game Content. Ich muss noch kurz extrahieren und dann... Okay, ich geh glaube ich hier nicht in dieses Kühlwasser rein oder was das sein soll. Das wär glaube ich nicht so gut. Achso, ich hab ja auch ein Gewehr. Was ist das für eine Blutspur? Äh, ich komm nicht durch. Bist du echt so fett? Nee, ich kam einfach nicht durch, weil das... Okay, ich hör hier schon wieder Radioaktiv-Geräusche. Hier ist es ja... Oh! Radioaktiv. Ede, das ist sehr gefährlich, wo du da stehst. Kann man da drin schwimmen, in dem Wasser? Es macht ziemlich gut Schaden. Okay, dann mach ich's besser nicht. Oh nee! Bitte was? Was ist grad passiert? Woran bin ich gestorben? Ähm, ich bin gerade leicht verwirrt. Diese Map ist gleich nicht. Echt nicht mehr. Skywalker, kommst du dann heute noch mal? Einfach hinnehmen. Ich glaube, wir sind hier in der Half-Life-Welt. Ist das gut möglich? Das ist aber auch glücklich. Da muss ich dir zustimmen, dass es ein gutes, gutes Argument gewesen ist. Ähm... Ähm... so 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 Alter! Mensch! Diese Map ist so verwirrend! Die Map hat damit nichts zu tun! Es war einfach schlecht! Wollen wir mal nicht beleidigend werden hier! Ich schilder hier Tatsachen! Wollen wir! Und wir wollen beleidigend werden! Ja, natürlich! Das sehe ich nicht so! Ich aber! Ja, okay! Okay! Gewinn! Easy! Bon! Easy! Beides easy! So! Ich bin ein Traitor! Okay, er ist Traitor! Er hat es zugegeben! Dann ist es Bridge! Willst du radioaktiv? Fass! Nein, danke! Nicht? Ich will aber eins! Ich will eins! Okay, Johnny! Wo bist du, damit ich es abliefern kann? Hinter dir! Was? Was? Ich bin hinter dir, Prick! Nein, bist du nicht! Doch bin ich! Du musst nur ganz genau hinschauen! Ganz genau! Nein! Schamil ist Elo! Ah! Sicher! Nein! Ich bin! Hilfe! Bitte was? Prick! Wenn alles gut läuft, sollte ich jetzt gleich das ganze Zeug von mir haben! Ist doch schön! Trink! ... Bläh! Ja! Brick, legst du noch? Häääääep! Was? Ich hab dich auf die Leiche geklickt! tja bist halt so verstrahlt einfach und bricht wie bist du gestorben ich bin ins Wasser gefallen da stirbt man aber nicht direkt ja ich kam nicht raus aber fast direkt gleich bin ich grad in dieser Masse gespawren grad eben ist geil so mädels so mädels jetzt kommt hier der profi spieler rettet euch schnell und die tür geht nicht mehr auf schön ich bin gefangen äh lasst mich hier oh na toll lasst mich raus ich bin gefangen oh doch nicht gerade ging sie nicht auf alles klar hallo johnny hallo pricks wenn ich gleich tot bin ist es johnny hate abgeht ich wo ist hinter dir ich hab okay ich bin ja extra wenn ich tot bin dann ist es quickness nur zu immer lieber ja krieg macht das lieber ja hallo wenn ich gleich tot bin ist es ehle ohne weg zu interessant ok es portal ehle ist was für eine muni brauche ich denn die rechte heute dafür für munition für la munition So, Shoddy. Ja. Ah, das ist um die. Amo, gut zu wissen. Fettenkästen, wunderbar. Ja, Ela, was ist von mir? Du verlangst nach mir? Wo soll ich hinkommen? Hm? Frage ich dir gleich. Ich? Nein. Das hast du mir jetzt vermessen. Los. Nö. Doch. Nö. Doch. Dann geh ich nix für. Ah, wunderbar. Oh. Oh. Oh, der war da, sag mich da gerade. Ich bin ja erscheint nicht da wünsche ich dir ja schon. Oh. Hall. Das war's. Was saust du da? Der hat doch gerade gesagt, ich zieh ihn allein. Interessant. Äußerst interessant. Äußerst interessant. Pretty still. Wo ich gerade bin. Ich geh mal ohne Scheißen. Mach das. Wunderbar. Wunderbar. Bluetooth-Headset. Ich geh mal ohne Scheißen. Hä. 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 Lepzig. Folgendtitel auf der Stadt. Wunderbar. Hallo. Hallo. Würden Sie nochmal kurz hier herkommen? Werden Sie sofort nicht zu mir? Kommen Sie. Ich beiße auch nicht. Versprochen. Ja. Ich mach nur ein bisschen Pupu. Also ich purz gerne. Warum müssen Sie? Häh. 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 Ich warte auch so gerade auf mich. Häh. 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 Ich hänge irgendwo im Rauch fest. Ich sehe nicht wo ich bin. Häh. Das heißt. Häh. 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 scheißen ich gehe mal kurz klacken hier wusstet ihr dass ich mir ein Blöse-Ferzett gekauft habe ne du hast es hier nur gerade eben erwähnt wie kommt man hier raus war ich das etwa Halleluja ist das hier Hilfe, ich bin gefangen ich glaube ich auch ihr wisst schon, dass man das öffnen kann was? oh ich habe gar nichts gesagt oh interessant ist das so dumm ja das sind wir wohl ja das sind wir sogar außerweilig zu aber nur ausnahmsweise ja freilich ja freilich ja freilich heißt das ja freilich freilich ja sicherlich sicherlich servus 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 vieso will T-Mod grad starten Tja, weil es nicht will. Da gibt es halt mal so Tage, da willst du einfach nicht. Weil du eben nicht bayerisch genug bist. Willst du, dass ich bayerisch raushau? Dann verstehst du ja gar nichts. Aber sicherlich. Das war jetzt eh... Das war jetzt eher schrecklich. Ja, dann lese ich ihn mal los. Ja. Ah! Jetzt sagt er gar nichts. Oh, Moment. Das war aber kein bayerisch. Nicht zum Trauer kommen wir nur ein Kero so. Was? Das war bayerisch. Ja sicherlich war das bayerisch. Ja sicherlich. Also das ist glaube ich kein bayerisch mehr. Warum ist hier keine Vektor mehr drin, hä? Das weiß ich nicht. Das kann ich ihnen nicht erklären. Ja, 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 ja. Herr Wachtmeister. Ich bin hier der Herr Wachtmeister. Ja, ich bin ja schon im Tod. Und das ist ja nicht so gut. Sie sind solche Idiot. Die versteht ja gar nicht mehr was ich sage. Ach, ja. Aber sie ist gerade nicht. Ja, solche... Ja, solche... Ja, solche... Ja, solche Eure. Krütze. 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 Krützechen. Ich glaube, Krützechen ist kein Dialekt auf der Welt. Mir geht es eigentlich ganz gut. Krütze. 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 Krütze, das ist Rützertutsch. Krütze. 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 Krütze verschwindet ja das hättest du mal früher sagen hätte ich nicht jedoch eindeutig nicht sicherlich hilfe ich habe angst dass johnny gleich hinter mir steht der e-book hat wie lange dauert es eigentlich ist er weiß ich noch mal kathol bürger wo dann ist er dir was schon jetzt was pp die ich erbräuchte meint so ein neuer zu beklären oder hallo ich wollte und der prägt er hat das hier wunderbar gemacht ja wo gehen wir denn mal rein und dort und doria freige guten tag servus er hat keine ahnung was wir brauchen auch keine ahnung haben absolut nicht so da gehen wir jetzt eine map die zumindest im bayerischen passt ab in die berge würde ich sagen ja ab in der berge wo bayerisch geredet wird alles klar bitte was was passiert ich glaube skywalker stirbt gerade was ist denn hier eigentlich los die stimmung wird hier wirst du dich besser würde ich denken sie und ist online ich glaube ja ja ähm ähm ach skywalker endlich mal wieder im spiel moment ich hab hier was schönes aus emmerich mitgebracht ja nein das ist das falsche alles klar nein das ist die jetzt gleich aus der zu viel gleich aus ha so gut ja na na na